Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Crash Bandicoot 2. Wir... Oh? Alle 13 Planeten aus und es wird eine Macht entstehen, die die Erde zerreißen kann. Aber wenn man sie richtig einsetzt, können die Kristalle die Energie aufnehmen und eindämmen. Crash, bist du da? Ich hab dich schon überall versucht. Ich hab nicht viel Zeit dir das zu sagen, aber du musst vorsichtig sein. Cortex zu vertrauen ist sicher keine gute Idee. Ich kann die Verbindung nicht mehr lange offen halten. Crash, Kinder... Gut. Auf allem Gehts weiter. Und zwar mit dem Level Snowpiss. Schalt, dann haben wir einen Weg frei, indem du wohnst, den roten Edelstern hält. Okidoki. So... 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 Er... Es sind drei Stück. gescheiße das gibt sie gut das ganze schneller das wollte ich trotzdem eigentlich nicht weil ich natürlich trotzdem viele wie möglich haben mag da wir ja doch naja kommt das wird mich auch nicht treffen dürfen aber gut das ist das erste level dass ich heute macht kann es sein dass ich da jetzt machen wir es aber ich habe ja eh gedrückt wozu baue ich mein Leben auf wenn ich das nachher sowas gleich verkalkt jetzt freue ich mich aber gerade echt ein Trophy unter anderem ist zum beispiel habe 99 Leben leute eigentlich wollte ich wieder nur so was sich fünf minuten pro level brauchen aber das ist ja echt nur so auf den kopf greifen ja gut so schnell durchgang ja gut so schnell durchgang es ärgert mich gerade nur einfach und wie ich heute schon ja wie gerade 3 online ist gehört habe dass ich glaube die trash hat zwar gemeint haben dass sie mit presch wieder aufhören mussten weil die nerven das nicht durchgehalten haben wir gerade bei solchen runden wie ich sie gerade habe kann ich das nur zu gut nachvollziehen ja und warum kann das nicht gleich so sein auch wenn ein bisschen glück dabei war ja vor ähm kann ich schon unter besprungen hm das wie komme ich denn darüber ja Ich hab fast kein Leben mehr. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ist das nervig? Gut. Bonus. Das gibt es ja nicht. Ja, gut. Nein, das ist es. Reicht mir so. Das kann es ja bitte echt nicht mehr sein. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt noch 8 Leben gehabt habe. Das ist ja nicht mehr. Boah, jetzt werde ich langsam kranzig. Aber das kann sie echt nicht sein. So, geschafft. Oh Gott. Für ein Level jetzt 10 Minuten. 10 Minuten, 11 Minuten waren es. Naja. Geil, wir haben es geschafft. Wir haben halt keine Leben mehr auf der Seite. Aber wir schon. Gut. Er Crash hört sich böse an. Aber jetzt kommt es mir erst, wie gesagt, eine Folge pro Level. Das heißt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Servus. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns mal.